Am nächsten Morgen kommst du auch mal online? Alles klar, Cyber. Aber es ist doch tagsüber, da ist doch noch Zeit. Warum willst du da bis zum nächsten Morgen warten? Oh leu, was sind das denn für Klippen hier? Das ist ja wohl voll geil. So. Das sieht aus wie Rocky Mountains, das ist geil. Oh leu, warte! Blau, Fältchen! Was bist du? Nase! Huuu, ich habe den Hase gekillt. Nein, ich will den Hase! Ah, achso, alles klar. Moin, Raphael! Hör mal eben nur Horde an, weißt du, du bist nichts ahnt am Sand abbauen. Wollten ja vielleicht helfen. Hörst du um die Schlampe? Loll, vierfleisch. Du kriegst dir eine Schaufel, drück dir eine Schaufel in die Hand, die schaufeln schon. Ja, echt mal. Ich will mich in Ruhe lassen, ich will in Ruhe schaufeln. Wie geht's, Raphael? Voll krass, ein so ein Hase gibt hier Fleisch. Ja, Fleischhasen. Was sagst du denn für ein Cyber? Mitten in der Wüste, bin so fern, fern von zuhause. Boah, einfach jetzt gehen Norden. Fuck all of the fucking Rabbids. I need some rabbit! Mir geht's sehr gut. Danke, danke. Dar, ähm, was? Darwinia? Kenn ich gar nicht. Ich muss irgendwie an Darwin Duck denken. Oh, ein Friedhof. Friedhof, der Kuschelzombie. Heidu da unten, der meint bestimmt nicht. Dann war das bestimmt hier der Hamburger aus Hamburg, äh, Mitte oder so. Gibt's auch auf Steam, okay. Jetzt renne ich hier durch die Wüste und gammel einfach nach Metall rum. Da ist ein Hühnchen. Ich habe ein Hühnchen gesehen. Was weißt du denn da für klassische Musik? Fernsehen. Das ist, äh, hier, äh, Watchmen. Ach, Watchmen. Stimmt, der kam ja heute. Ah, siehste. Weiß ich, weil ich die heute verpasst habe. Ich wollte doch heute X-Men gucken. Doch, gleich wiederholt. Nächsten Freitag. Wolverine. Oh, was ist das denn hier für ein Wassertank in der Wüste? Moin, Lord Cressy. Die stehen öfter mal rum, diese Wassertanks. First time. Echt? Okay. Ich habe auch schon eingesehen, die uns, äh, Lachzangen kaputt gemacht haben. Äh, und da kann man hochgehen und dann? Nichts. Nichts. Kannst den Tank oben aufmachen, reinfallen und nicht mehr rauskommen. Das ist mir auch schon passiert. Das Lustige ist, ich gehe weiter und weiter und gleich geht der Homebefehl nicht, äh. Wie war das? Ja, das denke ich auch gerade so. Schon direkt der zweite. So, ich sehe einen Tier auf der Live-Map und dann Zombie. Den Zombie sehe ich schon. Na, was sagt uns das? Ich habe eine Iron Garden haben. Hühnchen. Kann ich nicht looten, warum nicht? So, gleich habe ich Sand voll, dann sind meine Taschen auch voll. Ach so, Hühnchen looten ist eigentlich gar nicht, ne? Muss ja wegschlitzen nur. Ja. Alles aufschlitzen. Hunting-Reifel irgendwas. Ich habe zu viel. Aber ich möchte nichts abgeben. Weil ich einen Hasen finde, habe ich wieder einen freien Platz. Lass mich denn kleiner Felsbrücken sein, Felsbrücken sein, Felsbrücken sein. Sooo, Sand ist voll. Jetzt hätte ich nichts gegen noch ein paar... Jetzt ist hier nochmal so ein Wasserturm, aber da kann man sogar rumlaufen. Schöner aus. Vergammeltes Bruch. Nester nehme ich auf, wenn ich wenigstens Eier drin finden würde. Oh, ein Haus mit in der Wüste. Oh, hier ist ein Backpack drauf. Wo ist es? Ein Blue T-Shirt. Dann Short-Revel. Uff, 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 uff. Hä? Was sind denn das dann so? Wasserwege, die unten angezeigt werden? Oder was soll das? Wasserwege? Ja, die beiden Wassertürme sind miteinander so... Da sind auf der Map so blaue Streifen. Hä? Da gibt es nochmal welche im... Loll, hier war echt noch keiner looten. Komplett so unterstaus. Du Hölle. Ich habe ja so einen Turm oben auf dem Haus drauf gebaut, ne? Ach, ja. Wenn du oben auf der Ebene bist und M drückst, dann steht da minus elf Meter. Hä? Nochmal elf Meter hoch, damit du zum Nullpunkt kommst. Ja. Oh, Watchman geht direkt wiederholt, was? Ja, ist ab und zu mal so. Ach so. Keine Ahnung. Wir haben den Teaser davon gerade nochmal gezeigt. Bicigi, Bicigi. Ja! Oh, Federn sind voll. Da war ein Romjad so bekannt. Was? Und rand mit voller Kracho gegen die Wand. Ja, was macht er immer? Da im Osten ist der Zombie und hinten... Oh, er ist noch eine Sportsback. Oh, auf die Federn verzichte ich. Ich hätte lieber Eier gerne. Gar keine, doch. Ich brauche keine Federn, ich brauche Eier, Eier. Unter der ersten. Schicken. Mal schicken. Warte. Ne, stimmt nicht. Ne. Haben wir abgeschlossen schon, da? Ne. Das Lustige ist, ich habe immer noch... Und bei Kalle ist ein Zombie und zwei, also auf jeden Fall ein Schicken und ein anderes Tier. Das Lustige ist, ich habe immer noch kein Ding ins Kopf. Hase. Ein Hase. Unter mir ist eine Wüste. Östlich ist ein Schicken und nordöstlich ist ein Hase. Bei mir oder wie? Bei mir. Bei Kalle. Und bei dir ist südöstlich ein Schicken, etwas weiter östlich noch ein Schicken und südwestlich noch mal ein Schicken. Dann wird das vielleicht doch noch was mit den Schicken mitnehmen sein. Bei dem Leben auch ist zum Beispiel das erste. Das in der Mitte. Ich sehe zwei Zombies, aber keinen Hasen. Und jetzt? Ja, der Hase ist jetzt genau neben dem Zombie Steve. Du müsstest quasi direkt draufstehen, sagt die Karte. Ja, kenn ich. Und Hölle müsste ein bisschen östlich. Oh, sie hat sogar einen Hasen aufgedeckt jetzt gerade und drei Zombies. Das Problem ist, ich sehe nicht mal einen Chicken. Ich sehe gar nicht durch die Wegen laufen. Ich brauche doch nur noch diesen einen beschissenen Hasen, verdammt. Zombie sehe ich. So, draußen schön aufwirken. Ja, und östlich ist ja noch mal so ein Nebenfeld, da ist was andere Schicken. Da ist noch ein Zombie. Ah, ich habe den Hasen entdeckt. Bisschen. Da bestehen, du kleiner Rammler. Juhu, mein Bogen ist kaputt. Kann ich mehr rennen. Ungünstig. Bisschen in der Grube, kommst jetzt nicht mehr raus. Shit. Das ist auch wieder nur ein Chicken. Danke. Ach, hier hat wieder einer seine Startquests in der Wüste gemacht. Nein. Bei den Hasen erledigt. Komplett erledigt oder nur so erledigt, dass du ihn noch luten kannst? Naja, ein bisschen habe ich noch rausbekommen. Da ist ein Chicken. Hölle, wenn du einen Hasen siehst, lass ihn mir. Ähm, ich bin weg. Komm jetzt zu dir. Nein. Federn. Federn. Federn brauche ich nicht. Ich bin Federn voll. So viele Federn im Inventar. Ich könnte es natürlich einstecken, dann könnte der Weih schon mal Quascht-Send machen. Aber was soll ich mit so viel Federn? Äh, Pfeile machen. Oder so. Ekel. Da ist ein Hase. Pfeile habe ich Steine. Ich habe Steine. Könnte ich mal ein paar Euro machen. Das ist doch mal eine Idee. Da ist die Kill the Rabbit fertig. Ich glaube, ich habe Lust auf eine Quest. Kill the Rabbit. Ich glaube, ich werde mich gleich nach Hause begeben, weil ich bin erstens voll, zweitens überhitzt und kann nicht mehr rennen. Oh, ich habe nichts mehr zu trinken. Das ist gut. Das ist die Idee. Und drittens finde ich hier auch keine Tiere, die ich will. Weil ich wäre eh was zum Sand abbauen hier. Warum wolltest du Chicken oder nicht? Hä? Ich wollte keine Chicken. Ich wollte eigentlich nur Sand, aber ich dachte, wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch ein paar Tiere mitnehmen. Da hier aus der Hase und Chicken eh eh nix rumläuft. So, als könnte ich doch eigentlich beruhigt schlafen gehen. Was schlafen? Stellen wir noch 29 Bacon & Eggs her. Oh, Freunde. 32 Fleisch über. Ich habe noch immer nicht diese komischen kleinen Dinger da gefunden. Schon wieder kein Scrap Metal mehr. Ey, ich habe so viel Scrap Metal gerade gehabt. Das ist die Crazy Frog. So, ich habe 90 Fleisch. Okay, aber vielleicht kann ich nicht hin, aber mittlerweile habe ich 273 Eier. Was? Nicht schlecht erspricht. Warum? Wieso? Ich will das nicht. Ich sah mir die ganze Zeit die Nester in der Zeit, wo ich unterwegs bin. Gerade in der Wüste habe ich massig bekommen. Ich habe jetzt gerade mal, glaube ich, 30 oder so gehabt. So, der nächste Bogen in der Tasche. So. Was fehlte mir? Mir fehlen Steine für Federn, nur so ähnlich. Steine für Federn? Nee, Holz. Für, äh, hier, äh, Eros. Achso. Ich weiß, irgendwo knistern. Das heißt, irgendwo ist ein Brenner zu. Ah, ha. Oh. 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 Eros. Also, äh, hier, was war mit wem? Du brauchst keinen Leder mehr. Nein? Richtig nein. Weil ich habe jetzt 505. Boah. Alter, Schatter. Wir würden an uns, wollen wir keine Tiere kriegen, weißt du? Die hat alle Kalle schon geschnetzelt. Hm. Ja, ich guck ja nur aus der Tür raus und BÄM! Sehen sie schon tot oder so ähnlich. Super. Alkohol. Ach, da sind meine 6000 hier Sand. Die Waffe will kein Mensch. Doch wann bringt die mehr, wenn man die auseinander nimmt? So, ich sollte vielleicht auch trinken. War schon mal einer wieder von uns beim Friedhof drüben untergelotet? Hm, ich noch nicht, jetzt so. War vorhin um 21 noch was gewesen. Da war aber nix zum loten. Mal gucken, weil gerade nämlich die Vogelnest auch wieder voll sind. Hier ist schon wieder ein Loch. Ich habe doch alles zugemacht gehabt. Hm. Hm. Oder auch nicht. Morgen kommt der Nikolaus mit seiner großen Rute raus. Echt? Mhm. Ja, ey. Untouched. Und...